Auf der Bergstraßen-Auffahrt zur Planalm lässt man bei jeder Kurve den Alltagsstress weiter hinter sich. Fernab vom Massentourismus und doch nur 20 Minuten von der Enztaler Bundesstraße entfernt, gelangt man zur Planalm. Hier taucht man in eine naturbelassene Welt, in der man ganz bei sich selbst sein kann. Grüß euch, ich bin der Philipp Schörkofer. Jetzt bin ich angekommen auf der Planalm. Es ist echt schön hier oben. Ich bin das erste Mal da und jetzt schaue ich mir das mal an, das Gebiet, was das Ganze hergibt, was man alles machen kann. Kommt mit, schauen wir mal, was es da gibt. Grüß dich. Ich brauche bitte eine Tageskarte heute. Hetzt eine für mich. Schaue ich mir mal euch ein schönes Gebiet an. Danke. 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 Ciao. Ferti. Danke. Die Planalm ist ein einzigartiges Skigebiet mit langer Tradition und Geschichte. Wegen der besonderen geografischen Lage fällt da überall heroben mehr Schnee wie in anderen Regionen in der Obersteiermark. Auf über 1600 Meter bietet das Skigebiet mit 16 Kilometer Pistenlänge und fünf Lifte optimale Bedingungen für den Wintersport. Auf die ganz kleinen Gäste wird hier oben auf der Planalm ganz viel Wert gelegt. Auf der Kinderpiste mit Zauberteppich können die Kleinsten richtig Gas geben. Und auch außerhalb der Skisaison kommt hier keine Langeweile auf. Die Planalm bietet das ganze Jahr über viele Aktivitäten und Sportangebote für die ganze Familie. Es gibt viele Wege, die ganz nach oben führen. Die Planalm ist genau der richtige Ort für alle, die hoch aussehen wollen. Im höchstgelegenen Skidorf der Steiermark findet man im Winter optimale Bedingungen fürs Skifahren, fürs Rodeln und es ist ein wahres Eldorado zum Tourengehen. Da ist für jeden was dabei. Der Schnee von gestern auf der Planalm ist gleichzeitig der Schnee von morgen. Das Schmützwasser fließt im Frühling in die Beschneiungsteiche. Und das darin gesammelte Wasser wird dann im nächsten Jahr für die Schneeerzeugung verwendet. Ein Teich auf 1800 Meter Höhe, das ist Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau. Den üblichen Skizirkus mit Szene und Schickimicki, den braucht man da oben nicht suchen. Auf der Planalm konzentriert man sich lieber aufs Wesentliche. Und das sind die netten Leit, die Geselligkeit und die Gemütlichkeit. Die Sommerfrische kann man auf der Planalm aber mindestens genauso gut verbringen. Wunderwege mit herrlichem Ausblick, der erfrischende Panoramabergsee, das ist Erinnerung wie an einen Sommer wie damals. Kein Wunder, dass sich jung und alt Familien und Individualisten, Sportfans und Genießer auf der Planalm so wohlfühlen. In dieser abwechslungsreichen Region entwickelt die C&B Immobilien AG moderne Apartments in nachhaltiger Bauweise. Regionale Wertschöpfung und der Erhalt des Landschaftsbilds ist dabei das Wichtigste. Dank der besonderen alpinen Architektur fügt sich die Immobilie perfekt in die Umgebung ein. Ein Projekt mit Charakter, eben genau wie die Region selbst. Und eines sage ich euch, wenn ihr mal da rum seid, da gefällt es euch so gut, da wollt ihr es gar nicht mehr auschecken.